einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen zu einem neuen video ich muss da auch erstmal irgendwie rein finden das letzte intro ist schon ein paar wochen her wir wollten noch outtakes produzieren sind wir doch schon direkt auf dem richtigen weg wieder so freunde heute mal ganz ganz anderes video ihr intro vielleicht schon gesehen habt gibt es heute das outtakes video jan weiß noch nichts davon und daher wenn er es sieht dass es online geht wird er sich bestimmt freuen ich hoffe ihr freut euch auch also viel spaß mit den ganzen outtakes allerhand dabei läuft die kamera schon das video und klappe die erste take one let's go haben wir einen pegel herr kameramann das guckt man auch vorher mal ob da ein pegel ist kannst du es auch mal ein bisschen drehen kann man nicht sonst sehe ich den pegel nämlich auch weil ich rede nämlich immer zu laut der pegelt da nehme ich immer sonst wo ich verstehe mir dieses pegeln überhaupt nicht ich verstehe nicht was das soll also raff ich nicht wir haben hier überall einstellungsmöglichkeiten also hier jetzt vielleicht nicht aber wir haben hier überall einstellungsmöglichkeiten ja keine ahnung ich kann das auch so einpegeln hier hallo 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 ich weiß nicht ihr macht hat mit dem ganzen technik tüdel lüte da da habe ich gar keine ahnung davon jetzt hängen wir hier mit dem mikro fest das blöde ansteck mikrofon hier ne haben wir gar kein intro gemacht ne das ist natürlich das ist natürlich gut dann starten wir mal mit dem intro schönen guten tag und ich brauche gar nicht so schreien ich bin ja auf anstreng oder wir sind auf dem her dann werde ich ein bisschen schreien brauchst du nicht ok dann werde ich nicht schreien dann werde ich ganz normal weil ich bin bin auch noch ein bisschen taub von dem krach das das ähm das ist jetzt hier das ist auch nicht ja dieser krach gut schönen guten tag herzlich willkommen neues video auf dem kanal von stecher mit ja man weiß ja nicht man weiß ja nicht das ist schon ganz schön lange instant beide ich weiß aber nicht hier vertraue ich immer nicht drauf ok dann noch mal das ganze klappe wieder ne höre wie schief vor allem wie sich das schon löst den rahmen kriegen wir da nie wieder ran das kannst du vergessen wenn wenn man den das macht einmal pling gleich und dann entspannt sich das ganze hier glaube ich brauchst gar nicht so blöd zu gucken ähm äh zum thema kette da haben wir noch kurz was sagen er mault da hinten schon wieder rum er mault sich hier hin das ist alles wunderbar so brauche ich brauche ich kurz brauche ich kurz hol ich kurz da brauche ich einen 6er bohrer Hammer stark hast du von 7 geklappt? ja uha kenne ich doch wenn du jetzt mit dir die Arme auseinander kriegst bin ich begeistert wie auseinander ja so wie Titanic mäßig ne vergiss es ok geht nicht Hans reich perfekt ja gut ok ok das passt sind wir schon wieder dabei? ja tohe ist mein Mikro überhaupt noch an? das ist noch an ja uha irre immer wenns gepiept hat ne? immer wenns gepiept hat oder mein Finger nach oben kommt ist schlecht wenn ich grad nicht in die Kamera kippe dann seh ich nicht diesen Finger der da rauskommt ja hat schon wieder gepiept hat schon wieder gepiept ja das heißt? es läuft ach es läuft es läuft es läuft ja sind wir überhaupt noch aus Sendung oder was? ich weiß auch noch nicht oh kann ich einfach fleißig Wetter erzählen ne? schon an oder? ja ok he 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 schon drauf oder? wesentlich so drauf ja 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 schon wieder an oder? hm ja sind wir gar kein Pegel doch 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 sind wir drauf sind wir auch haben wir auch einen Pegel hm Pegel gut sind wir drauf sind wir noch drauf schon wieder oder was? ach schon ja so sind wir schon an? sind wir schon wieder? ja sind wir soweit cool ok warte den 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 Penöffel hier hinten kann der auch weg oder was? ja aber die Kabel die Kabel brauchen wir noch Kabel auch weg gut Sauna fertig Chef ich muss es ehrlich sagen jetzt bin mir ja dringend konzentriert weil ich die Fresse gepackt habe das fällt nicht auf beim Gehen du hast dich auf die Fresse gepackt? ja ich bin doch irgendwie Bühne gestolbert ja und wo war ich? vor mir auch echt? ich bin drückwärts gegangen ich kann nicht gesehen so achte ich auf dich ja hab ich überhaupt nicht mitbekommen dass du aus dem Auge geflogen bist was hast du gesagt? ich hab dir gesagt ich werde erstmal einen Mittag machen ich hör dir auch nie zu hast du auch irgendwas gesagt? wer bist du eigentlich? was machst du hier? diesen Zaunwüffel alter so äußerst gedreht wir haben wir haben kein kein Strom nichts so Zündketzen werden bei kalten Motor gewechselt das ist auch sehr interessant geil auf jeden Fall das sieht interessant aus Kopf ist runter ähm Motorrad ist gerade kopflos nein gut ähm mir ist scheiß kalt ähm passt M7 wir haben das jetzt mal so weit auseinander gebaut ähm willst du damit aufbocken oder? ja geht doch könnte ja guter Hebel neumatik neumatik ja gut ja sunshine kannst du auch sonst hier ne kannst du auch ne ja ne ist richtig lass mal den Chef wieder arbeiten da mann 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 alles muss man selber machen das sieht halt auch schon ein bisschen stimmig aus jetzt so wenn einer drauf sitzt ich freue mich wenn ich drauf sitze wieso ja mann sieht so stimmig aus mann ich bin hier ja mann ja auch wo der drauf sitzt Junge der den ihr cyclern muss ja jetzt ist er nicht mehr so gut verdammt schon wieder ne Batterie gekillt ey oooh ist auch immer so ätzend dass ich nicht dran denke dass ich immer diese äh äh ich hab eins schon mal runtergelegt verdammt verdammt ja funktioniert noch langsam kotzt mich das Ding hier nur noch an wirklich das ist ja alle drei Tage jedes Teil auseinander nehmen kannst nicht messen keine Ahnung 530 PS ja lagen wir alle daneben ja scheiße echt Nervkram funktioniert das jetzt? nein was das für ne scheiße man mach dass das geht ja was soll ich machen ich hab da keinen Nerv mehr drauf warum funktioniert das denn nicht? weiß ich nicht oooh ich hab da keinen Bock mehr drauf dieses ewige Rumgefummel da ich hoffe ihr hattet Spaß das Video hat euch gefallen wir sammeln weiter fleißig es kommt also definitiv noch ein Outtake Video je mehr wir filmen desto mehr Scheiße kommt dabei raus also von daher ähm kommt auf jeden Fall noch was ähm dann darf er demnächst auch wieder schrauben dann filmt Andi immer heimlich mit und dann ich halt da immer nur drauf sehr schön ja so machen wir das also wie gesagt euch hat das Video gefallen denkt dran wie immer lasst ein Like da abonniert den Kanal folgt uns auf Instagram und bis zum nächsten Mal